Musik So, das Iterator-Battern ist ein Entource-Muster, das uns erlaubt, egal wie eine Collection oder eine Datenstruktur ausschaut, immer gleich lesend darauf zuzugreifen. Es wurde entwickelt oder wurde vorgestellt von Erich Gamma in der Gang of Four im Buch Design Patterns. Es ist ein sehr gängiges Pattern, das auch häufig und gerne verwendet wird. Jetzt sehen wir uns kurz die Idee dahinter an. Also, was wir kennen, sind verschiedene Datenstrukturen. Wir kennen Arrays, wir kennen verkettete Listen, wir kennen Bäume, in welcher Struktur auch immer Grafen oder auch irgendwelche individuellen Datenstrukturen, die vielleicht ganz anders aussehen. Und natürlich kann man sich vorstellen, wenn ich so ein Array durchsuche, eine verkettete Liste durchsuche oder einen Baum, wenn ich das durchlesend darauf zugreifen will, auf jedes Element oder auch im Grafen vor allem, damit hier keine Schleifen sind etc., dass die Implementierung jedes Mal anders aussieht, da ja die Datenstruktur anders aussieht. Ein Baum wird anders gelesen wie eine verkettete Liste. Eine verkettete Liste wird tendenziell aber auch anders gelesen wie ein Array. Und vom Grafen kann es zu speichern. Und wenn ihr eine individuelle Datenstruktur habt, ist die selbstverständlich wieder total anders. Also der Baum in dem Fall gelesen als Tiefensuche, der Graf in diesem Fall gelesen als Breitensuche, würde ungefähr so aussehen. Und wie es bei der individuellen Datenstruktur aussieht, das ist logischerweise individuell. Die Idee ist jetzt einfach, kann man es schaffen, dass ich, wenn ich so eine Datenstruktur verwende und lesend daraus zugreifen will, der Zugriff trotzdem immer gleich ist. Und hierzu wurde es verwendet oder wurde es entwickelt. Also nochmal hier zum Beispiel, wie der Baum in der Tiefensuche durchlaufen wird. Und darunter nochmal, wie wird zum Beispiel ein Graf in einer Breitensuche durchlaufen. Auch das sieht übrigens anders aus, würde der Graf in der Tiefensuche durchlaufen werden. Gut, aber die Herausforderung ist jetzt, wie gesagt, ich habe eine Datenstruktur und ich habe einen Client, also ein Programm, der diese, einen Algorithmus oder ein Programm, welches diese Datenstruktur benutzt. Und die Frage ist, wie kann ich das machen, dass diese Benutzung, dieser lesende Zugriff immer sehr, sehr einheitlich ist. Also, die Lösung ist jetzt folgendes. Es gibt einen Baum-Enumerator, also eine eigene Klasse, eine eigene Funktion, die mir erlaubt, diesen Baum zu lesen. Und es gibt für den Graphen einen Graph-Enumerator. Der Baum-Enumerator weiß, wie er diesen Baum liest. Der Graph-Enumerator weiß, wie er den Graphen lesen muss. Und wenn ich ein Array hätte, wüsste ich das Array-Enumerator, wie er das Array lesen muss. Und diese Enumeratoren haben eine einheitliche Schnittstelle, eine einheitliche Definition, was diese können müssen, was diese nach außen zur Verfügung stellen. Und dadurch ist der Client super happy, weil er eine einzige Art des Zugriffs hat. Es gibt so ein Problem, wer erzeugt diese Objekte, wer erzeugt diese Iteratoren, kann man das nicht auch verallgemeinern. Und jetzt kommt das Iterator-Pattern so richtig ins Spiel. Denn einerseits haben wir die Datenstruktur, auf der anderen Seite den zugehörigen Enumerator. Dann haben wir eine Enumerator-Definition, die eben den einheitlichen Zugriff erlaubt mit Gib mir das nächste Objekt, gib mir das aktuelle Objekt oder das Element in dem Baum oder im Array. Aber auch die Datenstruktur bekommt eine Enumerable-Definition, also eine einheitliche Definition. Und das hat den Vorteil, dass die Datenstruktur selbst ein Enumerator erzeugt. Die Datenstruktur selbst weiß ja, wie sie aussieht und wie sie gelesen werden soll. Also die Datenstruktur implementiert das IEnumerable-Interface dann schlussendlich, aber hat die Definition, die es erlaubt, einen entsprechenden Enumerator in deren Definition zu erzeugen und zuzugreifen. Der Client benutzt jetzt nur die beiden Definitionen sozusagen. Es kommt irgendeine Datenstruktur und die Datenstruktur durch die Enumerable-Definition, die graue hier, weiß ja der Client, okay, wie kann ich auf diese Datenstruktur lesend zugreifen und erlaubt sich damit, einen Enumerator zu erzeugen. Und zwar den Enumerator hier herum, der zu dieser Datenstruktur passt. Also der Client verwendet die Datenstruktur über diese Definition, die sie erlaubt, einen Enumerator zu erzeugen. Dadurch wird in Wahrheit der konkrete Enumerator über diese Datenstruktur erzeugt und diese dann zurückgeliefert. Und der Client kann mit diesem Enumerator über die Datenstruktur drüber lesen. Und zwar immer auf die gleiche Art und Weise. Wie schaut so eine Definition zum Beispiel aus? Die Enumerable-Definition hat einfach nur eine Methode getEnumerator. Diese Methode getEnumerator, die hier implementiert ist, erzeugt den konkreten Enumerator, der weiß, wie diese Datenstruktur zu lesen ist und erhält auch die Daten dazu. Und der Enumerator selbst hat nun drei Methoden, meistens ein Reset, ein MoveNext, also gib mir das Nächste, gib mir das Nächste, gib mir das Nächste und Current, den Wert des Aktuellen, wo er gerade steht, also des Elements im Array oder des Elements im Baum. Und nun ist es unabhängig von der Datenstruktur. Die Definitionen hier unten sind immer gleich, nur eine andere Datenstruktur erzeugt einen anderen Enumerator. Die Benutzung des Clients ist immer gleich. Und dadurch haben wir eine Möglichkeit geschaffen, wie auf immer die gleiche Art und Weise auf eine Datenstruktur zugegriffen werden kann, unabhängig davon, wie diese intern aufgebaut ist. Und das ist recht cool. Es geht nämlich genauso, wenn ihr eine hochindividuelle Datenstruktur selbst baut, selbst erzeugt. Das Praxisvideo dazu in C-Sharp, wie man sowas implementiert, gibt es auch noch. Hier dazu schon mal die Theorie. In diesem Sinne viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.